Allgemeine Verkehrskontrolle, Führerschein und Fahrzeugpapiere. Bitte schön, habe ich was falsch gemacht? Wie gesagt, allgemeine Verkehrskontrolle. Was zum... Was haben Sie denn mit Ihrem Foto gemacht? Wieso? Na ja, da hat ja jemand offensichtlich einen Pim... ...ins Gesicht gemalt. Was? Wer hat mir was ins Gesicht gemalt? Wo denn? Wegen der Brille, ja. Ja, die muss ich zum Autofahren nicht mehr tragen. Ich habe mir die Augen lasern lassen, man ist ja doch irgendwie eitel. Habe ich denn jetzt irgendwas falsch gemacht? Sie haben da... Also, Sie müssen... Also, kann ich jetzt weiterfahren? Ich habe gleich noch einen Termin beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Ja, hast du... Ja, ich habe Halsschmerzen. Also, wenn jetzt nichts mehr wäre, dann würde ich jetzt weiterfahren. Was? Ja, ja. Ja? Nein. Oh! Entschuldigung, die Klimaanlage eben auch. Schönen Tag noch. Gesundheit.